So Leute, heute soll es hier mal um das neue Update gehen. Es gibt sehr, sehr interessante Neuigkeiten, aber davor könnt ihr gerne ein Like da lassen und auch ein Abo da lassen, falls ihr neuer seid, würde mich sehr, sehr freuen. Fangen wir mal hier bei dem Backpack an. Sollte jeder gratis bekommen haben, aber nur wenn ihr den Deadpool Raven Skin besitzt, ansonsten bekommt ihr das Ganze nicht. Das Ganze können wir jetzt hier mal einfordern und ich mache für euch mal ganz kurz Musik an. Ja, sollte eigentlich so reichen. Die Grafik hauen wir hier mal brutal hoch. Ja, sollte eigentlich reichen, damit das Ganze hier nicht so unschön aussieht. Hören wir hier Musik. Ich glaube irgendwas ist mit der Musik los, dass die verbuggt ist, weil ich höre hier nichts. Und mein Headset, ach, mein Headset ist gar nicht an. Ihr hört Musik. Tut mir leid. Okay, also im Shop hat sich hier nichts getan. Ne, hat sich nichts getan, vergesst nicht. Credit Code Fair, das könnt ihr gerne eintragen. Danke für euren Support. Ich blende euch das mal unten links auch nochmal ein. Was ist hier unten eigentlich? Kalender Offset. Was hat denn das da unten rechts zu bedeuten hier unten? Falls ihr das wisst, könnt ihr das mal gerne in die Kommentare reinschreiben. Spint hat sich nichts getan. Hier ist natürlich das neue Backpack. Endlich haben sie das reingehauen, weil ich habe mich gefragt, hä, was ist denn jetzt eigentlich mit dem, ja, Raven Skin, weil der kein Backpack bekommen hat. Aber hey, wir haben ein Backpack bekommen. Hätte ich nicht gedacht, dass es die noch irgendwie reinmachen. Macht aber auch irgendwie Sinn, ne. Ein Skin für 1,5 und ohne Backpack wäre schon sehr, sehr traurig, wenn sie das Ganze nicht hinzugefügt hätten. Müsste bei den anderen Skins auch der Fall gewesen sein. Da bin ich mir aber jetzt gerade nicht sicher, aber das sehen wir dann eh gleich auf Twitter. Und ihr könnt jetzt den Hängegleiter von Depu zurückgeben. Dazu kommen wir aber gleich, schauen wir uns mal die neue Animation an. Okay, hier sieht es noch komplett anders, äh, komplett gleich aus. Komisch. Komisch, 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 komisch. Aber dann rüste ich mal aus. Und um den Gleiter zurückzugeben, müsst ihr ihn natürlich besitzen. Dann geht ihr hier oben einmal in die Einstellungen rein. Und eigentlich müsst ihr jetzt hier, okay, bei mir kann man das Ganze nicht zurückgeben. Man soll es hier nämlich angeblich zurückgeben können. Hm. Das haben sie auch nämlich selber gepostet, also es ist kein Fake oder so. Komisch. Komisch, vielleicht sehen wir da mehr Infos auf Twitter, weil eigentlich sollte man hier auf die Tickets gehen und dann könnte man sich das eigentlich zurückholen, die V-Bucks. Aber ich sehe hier gerade gar nichts. Okay, keine Rückgabe-Tickets oder keine Rückerstattung übrig. Okay, komisch. Sehr, sehr komisch. Kann man das irgendwie hier zurücksetzen? Gleiter neu aufklappen. Ich dachte gerade, da steht Gleiter zurückgeben oder so. Okay, nee. Man kann es hier nicht zurückgeben gerade. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Im Party-Royal-Modus gibt es auch neue Dinge. Die zeige ich euch jetzt mal direkt. Der Hintergrund wurde sogar geändert. Auch sehr, sehr clean. Sieht nice aus. Machen wir auf nicht auffüllen. Und starten jetzt mal hier eine Runde. So, wir sind jetzt hier im Party-Royal-Modus. Hat sich hier irgendwas geändert von der Gleiter-Animation? Hä? Also, Epic Games hat geschrieben, die Gleiter-Animation sollte geupdated sein. Aber ich merke davon gar nichts. Hä? Okay. Schauen wir uns mal die Karte an. Wo sind denn jetzt hier die ganzen neuen Items? Es ist auf jeden Fall der Grappler hier ins Spiel reingekommen. Und das Jetpack soll angeblich drin sein. Jetzt ist nur die Frage, ob es schon direkt im Spiel ist. Oder ob es jetzt in den nächsten Tagen aktiviert wird. So, wir werden uns mal kurz hier umsehen. Vielleicht bei den Automaten hier vorne. Könnte ich mir eigentlich gut vorstellen. Okay, nee. Hier nicht, oder? Hm, nee. Hier kann man... Oh, mein Controller ist genauso kaputt, mein zweiter. Habt ihr das Problem auch? Oh, Mann, Alter. Das ist echt nervig. Okay, hier geht's. Und hier auch. Komisch. Wo gehen denn die anderen hin? Ey, der hat einen Grappler. Von wo hast du den Grappler? Hä? Von wo hat er den Grappler? Ich will auch den Grappler. Von wo habt ihr den? Ah, vielleicht muss man hier irgendwo reingehen. Ich hab selber davon auch gar nicht nachgeschaut. Also, wir suchen jetzt mal hier ein bisschen. Das ist schon irgendwie interessant, woher der den Grappler her hat. Weil es ist nichts Neues auf der Karte markiert. Hör, wie jeder safe den Grappler am Suchen ist. Warte mal, so zack. Also, hier waren wir ja gerade drin. Hier gibt's nicht. Hier gibt's nur Tacos. Hier ist irgendwas mit Slurp. Von wo haben die den Grappler her? Hier nicht. Ich denke mal, hier eher weniger, oder? Nee, safe nicht hier. Safe nicht hier. Von wo kommen die denn? Woher haben die den Grappler? Wahrscheinlich von da hinten, oder? Ey, ich will auch den Grappler haben. Wieso sind hier solche Tickets? Hä? Das sind Rückgabetickets. Hä? Müssen wir jetzt hier weitergehen für die Tickets, oder wie? Das ist aber interessant. Okay. Hä? Und jetzt? Gibt's hier irgendwie was zum Zurückgeben, oder wie? Das hab ich auf Twitter nicht gesehen. Warum sind da... Oh, da vorne vielleicht. Kann man da irgendwas zurückgeben? Also wenn, dann kann man da nur den Gleiter zurückgeben, aber... Komisch? Nee, hier kann man sich nur umziehen. Warum sind da Rückgabetickets? Nein, hä? Ich will den... Ich will doch nur den Grappler. Wo ist der Grappler? Der ist wahrscheinlich da hinten. So, bei den Quads und so. Wow. Sehr, sehr gut geplaced, Fails. Sehr gut. Ist da oben der Grappler? Ja, komm. Nein. Wo ist der Grappler? Ich will es jetzt herausfinden. Ich bleib hier so lange in-game, bis ich jetzt diesen Grappler hier gefunden hab. Und ich hoffe, ihr schaut euch das Video auf Ehre bis zum Ende an. Oh, hier haben wir den Jetpack. Oder das Jetpack gefunden. Und wo ist jetzt der Grappler? Also, die sind schon gut versteckt, diese Automaten. Ah, wahrscheinlich hier, oder? Nee. Hier drin. Hallo? Hm. Also. Jetpack ist bei den Quads. Dann sollte aber auch der Grappler hier sein. Ansonsten macht es keinen Sinn. Warum sollten die den Grappler so verstecken? Vielleicht hier hinten irgendwo? Hä? Das ist gerade echt ein bisschen komisch. Aber immerhin kommt man hier ein bisschen schneller voran. Ist der hier? Nee, auch nicht. Komisch. Also, das Ganze werden wir versuchen zu finden. So. Okay. So. Hey, gib doch her. Hä? Gib doch her. Hey. Geht das mit der Tastatur? Hauptsache mit meinem Controller nicht. Der ist ja komplett kaputt. Von wo hast du den Grappler? Hey. Von wo? Warte mal. Von wo hat er den Grappler? Ach hier. Ey, ich bin so blind. Oh mein Gott. Alle mal blind in die Kommentare reinschreiben. Falls ihr bis hierher geschaut habt. Alle mal ein Hashtag blind in die Kommentare reinschreiben. Also, es ist alles hier beieinander, Leute. Hier ist das Jetpack bei den Quads. Und hier ist der Grappler. Ist das genau derselbe? Man hat hier nur... Oh, komm. Euer Ernst? Epic Games? Man hat hier eine begrenzte Schusszahl? Okay, das ist nicht nice. Muss man nicht verstehen, oder? Seid mir ehrlich. Muss ich das verstehen? Ich glaube nicht. Relativ unnötig. Relativ unnötig. Also, unbegrenzt ja. Aber begrenzt macht keinen Spaß, Leute. Auf der Karte hat sich hier dann so weit so gut nichts getan. Wie ich würde sagen, wir springen jetzt mal rüber zu Twitter. Denn dort gibt es die ganzen sehr, sehr heftigen, interessanten Dinge zu sehen. Und ich mache jetzt einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich bei Twitter wieder. So, jetzt sind wir hier auf Twitter ein bisschen unterwegs. Und jetzt fangen wir mal mit den ganzen Neuigkeiten. Neuigkeiten und mit den sehr, sehr interessanten Neuigkeiten an. Beziehungsweise Leaks. So, Ninja Bundle wurde geupdatet anscheinend. Hm, ist das hier neu? Also, ich glaube, das könnte vielleicht neu sein. Ninja wird dann demnächst wieder in den Shop kommen. Einige haben auch gefragt, wann kommt das Ganze wieder zurück in den Shop. Hier habt ihr jetzt die Info. Das wird dann in den nächsten Tagen in den Shop kommen. Keine Ahnung, was die geupdatet haben. Der hatte davor auch schon drei Stile, oder nicht? Oder nur zwei. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Der hatte nur zwei Stile, oder? Kann das sein? Weil die schreiben jetzt auch nicht hier drüber. Neues Bundle. Wird das wahrscheinlich mit Echtgeld zu kaufen sein? Dann würde aber, ne, ich schreibe auch hier nichts neu. Ich weiß nicht. Also, es wurde auf jeden Fall geupdatet. Irgendwas wurde da geändert. Das heißt, das Ganze wird dann demnächst wieder zurück in den Shop kommen. Hier haben wir einen neuen geleakten Skin. Dazu kommen wir aber dann auch gleich. Da wird das Ganze ingame gezeigt. Das sehen wir aber dann weiter oben. Zum Skin. Ja, ist ganz in Ordnung. Drei Stile. Wird wahrscheinlich 1,2 kosten. Haben wir hier noch interessante Neuigkeiten. Das habe ich euch schon gezeigt mit dem neuen Menü-Hintergrund. Okay. Uninteressant. In Kreativ gibt es neue Sachen für die ganzen Kreativ-Suchtis unter euch. Gönnt euch das Ganze hier. Checkt das Ganze ab im Kreativ-Modus. Was sehen wir hier noch? Das ist sehr uninteressant. Ich glaube, für Rette die Welt wahrscheinlich oder für Battle Royale. Das steht jetzt hier oben nicht. Es gibt auch kostenlose Dinge, die wir uns mit Challenges erspielen können. Dazu kommen wir jetzt. Challenges sehen schon mal cool aus. Die Items, die man sich da gratis abholen kann, ist ein Gleiter, eine Tarnung und eine Spitzhacke. Für das, dass wir nichts krasses tun müssen, also dazu werde ich dann sowieso Videos separat hochladen. Deswegen macht auf jeden Fall die Glocke an, um die ganzen Challenges nicht zu verpassen. Denn wenn ihr die ganzen Challenges auch erledigt habt, 1, 2, 3, 4, 5, bekommt ihr auch einen kostenlosen Gleiter. Die Challenges sollten dann mit Glück morgen kommen, was ich aber nicht glaube, weil das Ganze wird wahrscheinlich ein Event sein mit der Agency oder so. Deswegen morgen oder nächste Woche. Den Skin haben wir schon gesehen. Es gab auch heute ganz ehrlich nicht viele neue Skins. Und hier könnt ihr es selber euch mal durchlesen. Also ihr könnt den Gleiter zurückgeben. Eben, man braucht kein Rückgabeticket. Also wenn ich da weitere Infos habe, werde ich dazu definitiv ein Video hochladen. Denn ich besitze ja den Gleiter sowieso. Genau. Gut, machen wir hier mal weiter, denn es gibt gleich noch weiter oben eine sehr, sehr kranke Neuigkeit. Einer der seltensten Skins, Leute, wurde geupdatet. Vielleicht kommen wir jetzt dazu, kommen wir jetzt dazu. Ne, wir kommen nicht dazu, nein. Neuer Stil für den Skin übrigens. Hier sehen wir, okay, wir schauen uns erstmal die ganzen neuen Skins an, würde ich sagen. Gibt es hier ein bisschen Musik. Ja, komm, machen wir mal ein bisschen schillige Musik an. Schauen uns das Ganze hier nochmal von vorne an. Okay, die Qualität. Ihr kennt es von Twitter. Wird immer mit der Zeit besser, also jetzt ist es hier wieder besser. Ist kein schlechter Skin, aber wäre mir glaube ich ein bisschen zu bunt. Nur ein Skin hier im Video. Okay, ich dachte ein bisschen mehr. Wo ist es denn? Ah, hier, hier. Machen wir mal hier weiter. Der hat auch nämlich ein paar Stile bekommen. Den konnte man sich nämlich nur so kaufen. Und den gibt es jetzt hier einmal mit Maske, ne ohne Maske und mit Maske. Oha. Also der Skin lohnt sich heftig. Der Skin lohnt sich sehr jetzt für 1.5. Sehr, sehr nice der Skin. Gefällt mir definitiv. Was sagt ihr zu dem Skin? Ab in die Kommentare. Und jetzt kommen wir hier mal zu der heftigsten Änderung meiner Meinung nach. Recon Expert wurde geupdatet, Leute. Recon Expert hat einen zweiten Stil bekommen. Kann man oben auch sehen, aber ich wollte euch eigentlich ein besseres Bild zeigen. Ja gut, kann man hier auch sehen. Okay, Entschuldigung, tut mir leid. Der normale Stil ist ja so mit Hut. Das ist ja jedem bekannt. Das ist der seltenste Skin, den es so in Fortnite gibt, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, was heißt das Ganze? Recon Expert werden wir demnächst wahrscheinlich im Shop sehen. Wahrscheinlich aber auch nicht. Denn Renegade Raider wurde auch geupdatet. Aber, ihr dürft nicht vergessen. Renegade Raider war im Season Shop. Das war only für die Season 1. Das heißt, der Skin wird nie wieder zurückkommen. Aber bei dem Skin bin ich mir jetzt hier leider nicht sicher. Ja, könnt ihr aber trotzdem mal gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr da mehr wisst oder nicht. Denn ich bin kein Season 1 Spieler. Aber hier steht einfach No Hate. Als ob die das wirklich gemacht haben. Also, falls ihr den Skin besitzt, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob dieses No Hate hier oben links auch wirklich bei euch steht. Ansonsten kann ich nicht wirklich viel zum Skin sagen. Ist ein ganz normaler Standard-Skin. Ist halt ein krass seltener Skin. Nichts Besonderes jetzt hier. Nichts Animiertes. Ist ein Season 1 Skin, der schon ziemlich nice ist. Sonst haben wir hier echt nichts. Challenges werden, wie gesagt, in den nächsten Tagen kommen. Die ganzen geleakten Skins. Das hier ist übrigens der Zweitstil von Batschi Skin. Okay. Genau. Da gibt es auch noch ein weiteres Backpack, was man bekommen hat. Das habe ich euch aber schon davor gesagt. Ja, zu Beginn des Videos habe ich euch das Ganze gesagt, dass ihr auch ein Backpack bekommen habt. Wenn ihr den Kuschelbärbeauftragten-Skin bekommen oder euch gekauft habt, dann habt ihr das Backpack auch gratis dazu bekommen. Ich versuche jetzt noch hier auf die Schnelle diese ganzen Bilder zu finden, wo die Skins drauf sind. Nicht, dass wir hier irgendwas vergessen haben. Hier nochmal Recon-Expert. Aber habe ich euch schon gezeigt. Neue Ladebildschirme sind eigentlich mal uninteressant. Genau, das ist hier die kostenlose Spitzhacke, die wir uns dann erfarmen können, sozusagen. Ist ganz okay, aber werde ich nicht spielen. Hat die neuen Stil bekommen oder wie? Wahrscheinlich sind die ganzen Videos noch nicht online. Aber checkt das Ganze hier mal ab. So hier, Zweitstil heftig. Und Recon habe ich euch ja schon gezeigt. Die ganzen neuen Lackierungen wird auch gratis sein übrigens. Das hier wird eine Shop-Lackierung sein. Und das hier wird auch eine Shop-Lackierung sein. Das hier ist der kostenlose Hängegleiter, den man sich dann freischalten kann, indem wir einfach alle fünf Aufgaben erledigen. Wie gesagt, dazu kommen dann demnächst dann die ganzen Videos online. Genau, sonst kann ich zum Update nicht viel sagen. Ist ein cooles, chilliges, kleines Update. Nicht allzu viel geleakt jetzt hier. Was wurde hier gemacht? Okay. Keine Ahnung, Backpack wurde auch wahrscheinlich geupdatet. Hier nochmal alle Sachen im Überblick. Genau, und dann würde ich sagen, Leute, das war es mit dem Video. Trätig, durch und da war es mit dem Video. Untertitelung. BR 2018